jo genau wir wollten so nati schwarz-weiß denken zeugt meiner meinung nach nur von geringer vorstellung da ist nicht so wichtig wo sind wir jetzt ach ich weiß wo wir sind weiß wo wir sind ich weiß wo wir sind da vorne sind wir deswegen komme ich da auch zu ewigkeiten nicht rein weil wir hier mit nati rein müssen okay alles klar ist hier drüben leise gut dass ich meine eule erreicht hat wir müssen in deckung bleiben und still sein nati was ist los was wollen wir eigentlich hier draußen wie versprochen habe ich untersucht was harlow vor hat ich habe ihn in den eberkopf verfolgt er hat ein brief gelesen alles was ich erkennen konnte war die unterschrift und das siegel von victor rugwood und nachdem du meintest dass rugwood und harlow hinter dir her sind dachte ich du wärst perfekt geeignet um sie mit mir zu erledigen ein für allemal der brief ist der beweis den officer singer braucht deshalb habe ich harlow hierher verfolgt und dir geschrieben ich brauche deine hilfe um an ihn heranzukommen das ist ein bisschen gefährlich können wir nicht direkt zum ministerium statt zu officer singer denkst du etwa die hören auf schüler nur officer singer kann eine untersuchung einleiten das ministerium kommt später dazu du scheinst rugwood und harlow unbedingt aufhalten zu wollen warum leute wie ihn kenne ich aus uganda wenn man sie nicht stoppt können schlimme dinge geschehen das ist eine lange geschichte ich erzähle sie dir wenn wir mehr zeit haben jetzt sollten wir tun wozu wir hier sind jetzt sollten wir tun und lassen was wir wollen denn wir sind ein tschügelie da so gut wie geht es dir alles gut ich helfe dir mit dem brief nati freut mich zu hören zuerst müssen wir in den bergfried ich gehe zum haupttor sucht du einen anderen eingang ich sehe zwar keine wachen aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen hallo ist schließlich hier was mir ein bisschen nervt ist dass die alte die ganze zeit wiederholt alles wir wollen mal da hoch warum was ist los erzähl erklär mal die festung so wie soll ich die denn erklimmen jetzt muss ich da hoch und ich muss ein weg ins torhaus finden um nach die das tor zu öffnen erst mal gucken wir uns hier ein bisschen um ist ja alles so hell und so dunkel und so düster ist ja es muss einen anderen weg geben es muss einen anderen weg geben das tor war offen aber das zählte nicht weil ich da nicht reingegangen bin ok und das ist ja das klingt aber beschissen das klingt beschissen hey fahrt die äh oh warte mal jetzt weiß ich warum ich da gucken konnte ich musste die kiste muss die kiste darüber holen ich kann nicht glauben dass ich das aufschreiben muss aber ich schwach kopf hört einfach nicht zu schiebt das tor auf springt ist wenn es noch einmal in die luft fliegt schwöre ich ist das euer ende ja warte mal dann gehen wir wieder hoch das tor aufmachen ja glaube ich dir glaube ich dir sofort aber jetzt ist der tag ja oben jetzt bist du hier im stream und den kannst du einfach genießen äh das war nicht so hab ich's gut gemacht ich bin gleich da ok Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Das ist doch sehr gut. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Halo und den Brief dort finden. Ja. Äh. Da war noch was, was ich einsammeln konnte. Ich hab das, ich hab die in den Sack hier übersehen. Wir müssen jedes Gold, was wir hier finden, einnehmen, mitnehmen. Wie auch immer. Weil ich so langsam hab, ich brauch nämlich Geld. Ich brauch nämlich Geld. Ich höre sie. Haltet das Vieh fest! Volkenschwinger, kennst du diesen Hippogreif? Ich rück zum Dach damit, los! Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay, das ist unsere Chance. Los! Ah! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Okay, definitiv hat sie jetzt eine andere... Ich hoffe, Natti hat keine Probleme. Hat sie eine andere Stimme als vorher? Da haben wir noch einen komischen Sack. Nicht gerade der sicherste Ort. Wer sich mit mir anlegt, landet in zehn verschiedenen Gräbern. Intrificus Totalus. Nicht, wenn ich dich Feuer mache. Wafall. Revelio. Nicht, wenn ich dich Feuer mache. Guck mal da. Wafall. Ich will gerne wissen, warum ich die Kiste da wegziehen kann. Geh erstmal oben. Warum kann ich dir da die Kiste wegziehen? Das interessiert mich doch. Ein bisschen mehr. Warum kann ich da die Kiste wegziehen? Ich habe da eh was runtergeschmissen. Bin ich da hoch, oder was? Wie ist denn die Kiste hier? Sag mal. Ach, die ist... Die Kiste brauchst du wahrscheinlich, um da rüber zu kommen. Du kannst aber auch einfach rüber... Du kannst auch einfach rüberspringen. Warte mal. Du brauchst die Kiste nicht. Was ein Schmonzes. Was ein Schmonzes. Machen wir mal hier einen auf Assassin's Creed und assassinieren die alle mal. Zeit, jemandem eine Lektion zu erteilen. Oh, scheiße. Okay. Das war einfacher als gedacht. Ah, Gamebreaking. Hä? Warum Gamebreaking? Gamebreaking. Äh... Warum was denn? Hallo? Nein. Ja, weißt du, schwarze Magier sind alle dämlich. Schwarze Magier sind alle hohl wie Stroh, weißt du doch. Die kriegen nix mit. Die folgen auch immer nur dem, der die größte Fresse hat. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Haben wir doch in Harry Potter gesehen. Die folgen einfach nur dem, der die größte Klappe hat. Hallo, Mora. Ähm... Hallo? 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 Das ist einer der Gründe, warum Voldemort so viele Anhänger hat. Hatte. Weil die... Bei 80% der Todesser nicht eigenständig denken konnte. Genau deswegen hat Voldemort auch nichts hinbekommen. Ja. Deswegen hat Voldemort auch nichts hinbekommen. Und vielleicht ein bisschen Snapes verschulden. Auch ein bisschen... Snapes verschulden. Wie habe ich denn... Wie komme ich denn... Ist mal unschwan. Wie komme ich da hinten rüber? Hm. Warum kann ich da hoch? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ach du Scheiße. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Aber auch nur, wenn du mich siehst. Zeig dir. Leipzig. Oh. Das wird unterhaltsam. Protego. Du wirst etwas schneller rippen. Hast du Momentum. Ja. Ah. Ich wollte das eigentlich haben, was dir so fallen lässt. Reveglio. Schade. Da hat die Alte mich doch noch gesehen. Alohomora. Aber worauf ich mal noch nicht... Immer noch sehr stolz war, dass ich gewusst habe... RAB war, bevor der siebte Teil rauskam. Ja, war ja auch nicht... War ja auch nicht schwer. RAB wusste ich auch direkt, wer das ist. So, haben wir noch. Aber ich glaube, es gab wirklich welche, die echt nicht wussten, wer RAB ist. Ja gut, ich muss zugeben, ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe es gehört. Reveglio. Oh nein. Diek hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Lieferung. Lieferung. Viel Jobberknoll. Vorsicht. Dreimal kniesel. Schlauer. Gemeiner als sie aussehen. Vorsicht vor dem Knallen. Fünf mal lila Riesenkröten. Nur mit Handschuhen anfassen. Ein Testral. Ich weiß, dass ihr sie sehen könnt. Zweimal Hippografe. Habe ein Schwur, wo man ein Paar bekommt. Und ein Phönix. Wo? Das Problem ist, ich habe gar keinen Platz für die, für die, weil ich habe immer noch die anderen, aber ich habe schon gehört, der Raum der Wünsche kann man größer machen. Also der wird im Laufe der, der Zeit wird der größer. So, jetzt habe ich dich mit. Reveglio. Da kann ich nicht hoch. Haben wir erst mal die Beine, haben wir dann mit. Wir machen uns mal wieder unsichtbar. Ich habe keinen Bock auf so... Reveglio. Hallo? Weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hier ist nichts drin. Ich muss wahrscheinlich nach oben. Ach, guck mal, da ist eine Kiste. Deswegen soll ich da hin. Uh. Oh, joi. Nett. Astrid, behalte mein Versteck im Auge. Ja, es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unsere Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und das ist hier versteckt. 20 verdammte Ja und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit zwei Wochen hier sind. Eine Brille, die natürlich schlechter ist als meine. Ja, ich weiß. Das weiß ich. Das weiß ich so langsam. Das weiß ich so langsam. Das weiß ich so langsam. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie Harry. Weee. Na ja, ernst jetzt. Geil. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Wie cool ist das? Mein Gott. Ich habe Tränen in den Augen. Weil das so cool ist. Mein Gott. Das ist so cool. Das ist... Ändert halt einfach an Harry Stotters Schuljahr. Der Italien in den Augenblick. Aber er... war da. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Alter! Okay, das muss ich meinen. Das ist unglaublich! Da vorne ist die Insel von Dumbledore. Alter. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie aufregend! Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Bin ich putzig. Ich hatte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Halos Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Halo mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und... Jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy, ich will schnell eine gute Nacht. Oder bleibst du? Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Ich glaube, das kannst du als Schüler kannst du auch. Wolkenschwinge, neuer Gegenstand freigeschaltet. Oh, jetzt kann ich... Das sagt mir jetzt nicht. Zipul... Was? Kaligo, neuer Gegenstand freigeschaltet. Neue Plätze und Tierwesen freigeschaltet. Yes! Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Diek sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Also was wir jetzt einmal machen? Ich will da oben noch einmal hin. Weil ich habe da noch nicht alles... Weil ich habe da noch nicht alles... Ich weiß nicht wirklich, wie man einen catcht. Aber sowas von! Alter! Mit der Musik und... Das ist so cool! Das ist so cool! Mein Gott, Enel! Und das Schlimme ist, der Sound hört sich wirklich an wie bei Harry Potter. Das hört sich so cool an. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier auch reinfliegen! Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt Augen im Kopf hast. Reveglio! Okay, jetzt haben wir hier noch was. Ja, oben haben wir... Fliegen wir mal eh mit dem Besen. Äh, ja, warte. Wusstet ihr, dass man... Es gibt ja hier... Wusstet ihr, dass man auch hier abseits hin kann? Hier hin? Ich wusste mal, wie das geht. Ähm... Ich wusste mal, wie das geht. Wie man da hinkommt. Äh... Da ist es. Da unten? Da unten ist noch eine Kiste. Wie komme ich an die Kiste ran? Wie komme ich an diese Kiste ran? Wie komme ich an diese Kiste ran, ist die Frage. Komme ich da ran? Oh! Warte mal. Warte mal. Nein, das war das Falsche. Jetzt brauche ich nur noch Levioso. So. So. Dann da hoch. Ey! So, jetzt sind wir oben... Da ist... Reveglio. Auch. Es gibt nämlich einen Glitch hier. Dass du unten unter die Welt kommst und dann kannst du auch... Du kannst deine Augen nicht von den hübschen Mädchen lassen, was? Du hast den Rockzipfel gehoben und du bist völlig weg. Glock. Wie rufe ich noch? Oh, das ist einfach... Los, fälliamo! Ich hole mir den Komboltent. Das ist nervös! Verdioso! Achio! Achio, jämmerlich! Betinder! Ah! 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 Ah, Incendio! Nein! Achio! Du solltest fluchten. Was hast du gett? Du bist die Rotznase, die Treadwell gerettet hat. Achio. Glatios. Findo. Achio. Incendio. Hey. Rebellio. Hey, irgendwo ist hier nach so einem Bass? Was ist da? Da ist da. Was hast du getan? Hier, grad den saftig den Arsch verhauen. Ich hab dir saftig den Arsch verhauen. Äh, lass mich grad mal gucken. Da oben sind noch zwei Dinger. Warte mal. Ähm. Okay, ich bin gerade durch die Hütte gebackt. Duda! Stopp! Duda! Stopp! Duda! Stopp! Stopp! Stopp it, Ron! Das ist Leviosa! Nicht Leviosa! Entschuldigung. Oh. Möchtest du lieber wieder runter? Leviosa! Incendio! So. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Habe ich dich auch? Oh. Ein schönes Fahnschuh. Äh. Rebellio. Ähm. Okay. Hier, da kann ich runter. Okay, haben wir das da? Die B-Mails. Da ist jemand, der ihn noch einsammeln kann. Nö? Hier. Ich habe die Sachen zwar eingesammelt, aber... anscheinendlich richtig. Rebellio. Oh, die Schla... Ich lasse ich... Nein! Das ist Schloss 3. Kacke. Die Forscher kann ich nicht einsammeln. Ist doch doof. Hier, warte mal. Was willst du? Confringo. Rebellio. Ah, guck mal da. Hunsbauei. Hunsbauei, die im Maul der dreiköpfigen Schlange erzeugt werden, verbessern die geistige Gewandtheit und werden daher oft für Tränke verwendet. Okay, kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Warum ist es hier...? Halt, stopp, ich muss nochmal da unten. Da unten liegt noch was. Ne, wir müssen noch was liegen. Da liegt noch was. Jupp. Weiß gar nicht, was haben wir denn eigentlich noch für Aufträge? Äh, Aufträge. Sprich mit Diek. Ah, da, ich wollte mit Diek... Ich muss nochmal mit Diek quatschen. Ähm. Ähm. So, jetzt kann ich hier hoch. Warum auch immer ich da hoch kann? Was? Oh. Aua. Das ist so cool. So, was ich jetzt immer versuchen möchte, ist, du kannst da nicht hin. Weil er sagt, fliegen ist nicht. Okay. Okay. Wenn ich hier in den Kopf rauskomme. Ich kann das nicht hin. Genau. Ich kann das nicht hin. Ich kann das nicht hin. Oh, ich kann das nicht hin. Ich kann das nicht hin. Ich kann das nicht hin. Ich wollte nur so sagen, ich bin gerade außerhalb der Map. Schneller, Balkenschwinge! Ich bin außerhalb der Map. Warte mal. Ich bin außerhalb der Map. Okay. Ich glaube, hier sollte man noch nicht hin, oder? Weil das sieht aus, als kommt man hier erst später hin. Sieht ihr das? Ja, da gibt's auch was. Kein Zugriff zum Reitier. Okay. Also hier kann ich hin. Wie weit kann ich denn fliegen, ist die Frage. Hier ist auch ein Weg. Seht ihr das? Hier ist auch ein Weg. Aber ich kann hier nicht landen. Ich kann hier nicht landen. Ah, guck mal. Ich kann hier auch nicht irgendwie hin. Okay. Dann gehen wir mal in der nächsten Folge zu Deac. Bis dann. Bis dann.